Wie funktioniert das eigentlich, wenn man sich mal dazu entschlossen hat, eine Psychotherapie angehen zu wollen? Zunächst mal auf gar keinen Fall abschrecken lassen von der Tatsache, dass die meisten Therapeuten zeitnah keinen Platz frei haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden findet, der sagt, oh, das passt aber gut, komm doch mal morgen einfach kurz vorbei, ist sehr gering. Erstgespräche kann man aus meiner Erfahrung aber doch meistens bekommen und das ist sehr viel wert. Vorab kurz zu mir. Ich habe vor sechs Jahren eine Psychotherapie machen lassen, die zwei Jahre gedauert hat. In der Zeit war ich auch sechs Wochen in einer Tagesklinik und seit anderthalb Jahren mache ich eine Psychoanalyse. Zu diesen Themen werde ich noch andere, separate, ausführliche Videos machen. Heute will ich euch erst mal erzählen, wie das allgemeine Prozedere ist, einen Therapieplatz zu bekommen und worauf man sich einstellen muss bzw. achten sollte. Als ich mich das erste Mal mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt habe bzw. beschlossen habe, eine Therapie machen zu wollen, bin ich noch stumpf zur Geschäftsstelle meiner Krankenkasse gegangen. Das ist aber nicht die Voraussetzung. Prinzipiell war das aber eine gute Idee, weil ich hier mehrere wichtige Infos bekommen habe. Auf zwei davon will ich mal etwas näher eingehen. Das erste war eine Internetadresse. Psyc-info.de Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hier kann man ausfindig machen, wo in seiner Umgebung Therapeuten sitzen und was sie so im Angebot haben, also sprich das Profil. Die Seite an sich erklärt sich eigentlich von selber. Wichtig ist jetzt, man hat hier zwei Punkte Ort und Filter. Gebe ich jetzt hier mal Altona, Hamburg ein. Haben wir hier auch schon. Hier Filter, da muss man vorsichtig sein. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann Therapeuten nicht mehr vorgeschlagen werden, die aber durchaus in Frage kommen würden. Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall würde ich sagen, okay Erwachsene, klar und ich würde auf jeden Fall eine Einzeltherapie haben wollen. Bei den anderen Dingen wäre ich schon vorsichtiger. Gut, Behindertenparkplatz, wenn das wichtig für jemanden ist, das macht wahrscheinlich Sinn. Aber ich würde jetzt nicht zu viel von vornherein ausschließen. Dann macht sie hier eine Karte auf und dann sehen wir zum Beispiel 349, 4310. Da gibt es schon einige. Ich gehe mal hier rein. Kann ich ja mal gucken. Ja, Mörkenstraße ist jetzt nicht so weit weg. Gucke ich mal, wer das ist. Auch schon mal mit Telefonnummer, Visitenkarte. Wenn ich jetzt da drauf gehe, kann ich sehen, die ganzen Daten, die für mich wichtig sind. Also zum Beispiel auch, welche Art von Therapie da angeboten wird, worum es da so geht. Und dann halt auch die Telefonnummer. Es gibt ja die zwei verschiedenen Möglichkeiten. Einmal hat man die Telefonnummer mit Zeitangabe. Dann hat man im Normalfall ein Besetzzeichen, weil natürlich auch schon jemand anders vielleicht die Idee hatte, da anzurufen. Wenn es dann gut läuft, bekommt man die jeweilige Therapeutin oder den Therapeuten an den Apparat und kann sich unterhalten. Bei der zweiten Variante ohne Zeitangabe hat man es dann im Normalfall mit einem Anrufbeantworter zu tun. Dann hinterlässt man seine Nummer und wird dann auch zurückgerufen. Ich persönlich fand die Version mit dem Anrufbeantworter gar nicht so schlecht, weil ich da dann schon mal die Stimme gehört habe. Und für mich zum Beispiel persönlich ist der Klang der Stimme ein Auswahlkriterium. Wenn da die Stimme den Effekt bei mir von, hui, mag ich eigentlich nicht wirklich hören, ist das schon ein Grund zu sagen, nee, da möchte ich keine Therapie machen. Egal, ob man jetzt gleich jemanden dran hat oder zurückgerufen wird, unterhält man sich natürlich über, ich möchte eine Therapie machen. Dann kriegt man im Normalfall die Antwort, ja, aber ich habe keinen Platz frei, erst wieder in sechs Monaten. Dann geht es halt ein bisschen darum, wie akut ist die ganze Sache. Da sollte man sich meiner Meinung nach nicht zu schnell abspeisen lassen, sondern auf einen Ersttermin pochen. Den kriegt man nämlich dann im Normalfall auch, egal ob ein Therapieplatz frei ist oder nicht. Als Stichwort hier auch die sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die zweite ganz wichtige Info, die ich bei meiner Krankenkasse bekommen habe, war, dass man fünf Gespräche auf Krankenkarte machen kann. Also bevor offiziell eine Therapie beantragt wird oder beantragt werden muss. Und man hat auch die Möglichkeit, diese fünf Gespräche parallel bei mehreren Therapeuten zu machen, also jeweils. Das heißt, wenn du theoretisch vier Therapeuten ausfindig gemacht hast, die dir Erstgespräche anbieten, kannst du jeweils fünf machen. Und das wird auch empfohlen, weil es wichtig ist, jemanden zu finden, bei dem man wirklich das Gefühl hat, dass die Chemie stimmt, dass es funktioniert. Also Stichwort, der Klang der Stimme. Aber da gibt es natürlich auch verschiedene Kriterien, die natürlich jeder für sich finden muss. Da kommen auch Sachen wie zum Beispiel, will ich mich mit einem Mann auseinandersetzen? Will ich mich mit einer Frau auseinandersetzen? Ganz wichtig auch, wie ist die Umgebung oder wie weit entfernt ist es und wie fühlt sich das ganze Gespräch an? Hat man das Gefühl, dass da was passiert im positiven Sinne? Diese Information habe ich auch nicht nur von meiner Krankenkasse bekommen, sondern auch von den jeweiligen Therapeuten, bei denen ich war. Also probieren Sie auf jeden Fall noch weitere aus. Kontaktieren Sie noch weitere. Zum Teil haben mir dann auch die Therapeuten, bei denen ich so ein Erstgespräch hatte, Adressen von anderen gegeben, bei denen ich mich auch noch melden könnte. Darüber, wie so ein Erstgespräch dann aussieht und wie man sich darauf vorbereiten kann bzw. wollte, habe ich ein Video gefunden von zwei Therapeutinnen, die das super erklären. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ein therapeutisches Gespräch dauert dann im Normalfall, so wie ich das kenne, 50 Minuten. Und speziell dieses Erstgespräch ist ein Interview. Hier wird dann im Normalfall festgestellt, wie akut ist das. Also als ich damals vor sechs Jahren das erste Mal da war, hat der Therapeut, bei dem ich dann das Erstgespräch hatte, gesagt, dass er bei mir die Notwendigkeit einer zeitnahen Therapie sieht. Er selber hatte aber keinen Platz frei, also oder frühestens in sechs Monaten. Er hat mir dann Adressen gegeben von Therapeuten, wo er wusste, dass die zeitnahe Plätze frei haben. Da habe ich aber mit Sicherheit Glück gehabt. Es gibt da drei verschiedene Therapieformen. Das ist die Verhaltenstherapie, die Psychotherapie, die Psychoanalyse. Und da wurde mir dann zu der mittleren Version zur Psychotherapie geraten. Das geht dann noch weiter ins Detail. Dahingehend, dass eine Psychotherapie auch unterschieden wird in eine Kurzzeittherapie und eine Langzeittherapie. Damals, 2017, war es so, dass eine Kurzzeittherapie zwölf Sitzungen war mit Option auf weitere zwölf Sitzungen und eine Langzeittherapie 60 Sitzungen. Aber man könnte dann beides auch verlängern. Also Kurzzeittherapie weiß ich jetzt nicht genau, aber die Langzeittherapie dann 60, Verlängerung 40. Also sprich, dass man insgesamt 100 Sitzungen hat. Ich habe die Langzeittherapie gemacht. Das waren jetzt, also die Zahlen, die ich jetzt gesagt habe, war der Stand von 2017. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile immer noch genau so ist. Was wichtig bei der ganzen Sache ist jetzt, also wenn man zum Beispiel Langzeittherapie mit Verlängerung 100 Sitzungen. Wenn dann die Therapie zu Ende ist, muss man mindestens eine Zeit von zwei Jahren warten, bis man eventuell wieder eine neue Therapie machen kann. Aber man kann eine Therapie auch vorzeitig beenden. Also sprich, man hat 100 Sitzungen und sagt nach der 80. Mir reicht es jetzt. Dann wird die offiziell beendete Therapie und ab dann beginnt die Zeitrechnung der zwei Jahre. In diesen zwei Jahren kann man dann aber die noch vorhandenen 20 Sitzungen in Anspruch nehmen. Das heißt, man kann damit auch die Zeitspanne von diesen zwei Jahren überbrücken, bis man wieder die Möglichkeit hat, eine neue Therapie zu beantragen. Ob man das nun macht oder nicht, ist eine andere Frage, aber das zu wissen, finde ich schon mal ganz wichtig. Stichwort beantragen. Das Beantragen übernimmt der Therapeut unter Zuhilfenahme des sogenannten Konziliarberichts. Das ist ein Schreiben, ein Formular. Das muss man von seinem Hausarzt ausfüllen lassen, übergibt es dann wieder dem Therapeuten und dann wird beantragt. Ich habe nie erlebt, dass das abgelehnt wurde. Ich weiß also nicht, was passieren muss, dass dann so ein Antrag abgelehnt wird. Ich gehe auch davon aus, dass ein Psychotherapeut auch weiß, wie das zu formulieren ist, dass das nicht abgelehnt wird. Es sei denn, er kommt im Vorfeld schon zu der Überzeugung, dass das eigentlich überhaupt nicht notwendig ist. Also den Fall habe ich jetzt nicht erlebt, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Dann dauert es fünf, sechs Wochen, bis die Meldung kommt, schriftlich, dass die Therapie genehmigt ist. Dann geht es eventuell halt noch darum, ob dann auch schon ein offizieller Therapieplatz frei ist oder ob bei jeder Stunde am Ende besprochen wird, wann denn die nächste Stunde stattfinden kann, bis dann wieder ein offizieller Therapieplatz frei ist. Das heißt, man muss schon ein paar Hürden nehmen, um einen Therapieplatz zu bekommen, beziehungsweise man muss auch vielleicht sogar ein bisschen hartnäckig sein am Telefon und auf ein Erstgespräch beharren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber nachdrücklich darauf hinweisen, dass man zumindest ein Erstgespräch möchte. Meiner Erfahrung nach haben alle Therapeuten dafür Zeiträume zur Verfügung und alles andere wird sich dann ergeben. Wenn man so ein Erstgespräch mal hat, dann rollt der Ball. Man muss dann einfach dranbleiben und es hat natürlich auch was mit Klingelputzen zu tun. Das ist am Anfang nicht unbedingt einfach, aber man hat dann ja sofort die Unterstützung. Und so ganz zum Schluss noch ein Hinweis, was Selbsthilfegruppen angeht. Als es bei mir ja losging und ich diese Ärzte-Odyssee hatte, die ich ja in einem anderen Video schon beschrieben habe und auch viele von euch wahrscheinlich kennen, hieß es ja, naja, damit müssen sie jetzt leben. Aber es gibt ja Selbsthilfegruppen. Da habe ich damals überhaupt nicht dran gedacht, weil ich dachte, was willst du denn jetzt hier, weil ich so gefrustert war von der Ergebnislosigkeit dieser ganzen Ärzte-Odyssee. So im Nachhinein würde ich sagen, auch Selbsthilfegruppen kann ich mir ganz gut vorstellen, weil es geht ja doch viel darum, auch erstmal sich unterhalten zu können mit Leuten, die wissen, wovon man spricht. Und an dieser Stelle natürlich wieder der Hinweis, dass es sich hier bei meinem Kanal um keinen medizinischen Ratgeber handelt. Ich erzähle euch lediglich von meinen Erlebnissen und meinen persönlichen Eindrücken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Abonnier-Button, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt mal alles Gute und bis zum nächsten Mal. Gute und bis zum nächsten Mal.